Willkommen meine Damen und Herren zum heutigen CSGO Overwatch und natürlich ein ganz spezielles Willkommen an Mr. Adrien, Hallöchen, Pöpöchen Idris. Freust du dich schon auf das bevorstehende Event hier im Overwatch? Das ist doch der GeForce, das sehe ich von hier. Alla, das ist der GeForce! Ich habe eben schon eins aufgenommen, aber da hat dieses MMM am Anfang nicht gereicht und ich labere nur so, Äh, Idris! Und jetzt nehme ich einfach nochmal ein anderes auf. Der Fall war auch echt bescheuert, wobei ich jetzt auch nicht direkt sagen möchte, dass der Fall hier besser ist. Die Katze spielt im Hintergrund und reißt vielleicht den Greenscreen ein, dass er mir auf den Kopf hält. Kann passieren. Müssen wir mal schauen. Also, ähm, die hat irgendwas mit einer Glocke. Ich weiß nicht, wo sie die Glocke her hat, aber sie hat was mit der Glocke. Knödelchen! Ich weiß nicht, das klingt so, als wenn sie... Ja, die spielt im Greenscreen. Also, manchmal rutscht er dann da drüben rum, weil da spielt sie am liebsten. Ja, da passiert es schon. Und irgendwann fällt er auf mich drauf. Haha, wer sich hinstellt? Hallo? Äh, ist sich Derm gelaufen. Ah, nee, es ist... Warte mal, das ist doch ein Skin da drauf, oder? Auf der Scout. Dark Water. Weil eben habe ich mich zwei Sachen gefragt bei dem Overwatch, das ich eben gemacht habe. Erstens, sind Skins irgendwie aus den Overwatch verbannt worden? Sieht man nur noch den Default-Skin, wobei das auch die Dark Water ist hier. Oder ist das der Default-Skin? Keine Ahnung. Und zweitens, ähm... Werden Fälle... Glaubt ihr, dass Fälle, die, ähm... Wovon... Ich glaube, es müssen acht Overwatch-Fallern schauen, bin mir nicht ganz sicher. Ich habe dann einfach im letzten Video gesagt, acht... Gehen wir von acht aus, ja? Wenn sieben Leute sagen, der hackt und einer sagt, der hackt nicht, ist derjenige dann einfach vom Haken? Oder sagt das System, der Fall wird wieder aufgenommen und kommt einfach wieder an acht weitere? Und ist so lange drin, bis er entweder gebannt ist, oder bis meinetwegen, ähm, nur noch sechs Leute dafür sind, dass er hackt und zwei schon dagegen. Und dann ist der Fall automatisch weg und er ist halt glimpflich davongekommen. Weil ich habe, äh, über den gesprochen, über den, über den Overwatch-Rank, den man hat. Also es gibt ja, ich glaube, das wurde vor ein paar Jahren, äh, öffentlich, öffentlich gemacht oder öffentlich genannt, dass es einen Overwatch-Score gibt. Oder einen Overwatch-Score. Und wo ein Score ist, da ist auch meistens ein Ranking-System. Oder ein Rank-System halt dahinter, weil nach Punkten kannst du ja auch sortieren. Und da war ja schon oft das Gespräch, das hatten wir ja schon ganz oft mit. Ah, glaubt ihr, ähm, man kriegt, wenn man viel gemacht hat und viele Punkte hat, auch schwere Fälle und so weiter und so fort. Ähm, und das war halt so eine Sache. Ob dann so jemand mit einem hohen Score, äh, so einen Fall bekommt, der schon mal da war, bei dem aber einer dagegen war. Äh, und der Fall ja eigentlich fast klar war, aber halt dann doch nicht. Und ob dann eben der Fall generell nochmal überhaupt eingespielt wird oder einfach weg ist, ja. Äh, das war, das war so die Frage, die im Raum stand, die stelle ich jetzt direkt hier am Anfang. Heute ist übrigens, äh, heute Abend ist kein Livestream. Erst morgen wieder um 18 Uhr, ja, Donnerstag 18 Uhr. Livestream-Zeiten kennt ihr ja mittlerweile, glaube ich, auswendig. Die stehen auch in der Livestream, in der Videobeschreibung, ja. Vielleicht schreibe ich da auch einen angepinnten Kommentar. Ich dachte mir, vielleicht mache ich einfach immer einen angepinnten Kommentar und schreibe da immer hin, wann die Streams sind. Weil nach wie vor einfach, also was heißt nach wie vor, natürlich kommen die Fragen. Wir haben im Moment wieder einen ganz guten Zuwachs an Neuzugängen eben. Und, äh, logischerweise wissen die nicht, wann die Stream-Zeiten sind. Und die meisten kriegen es aber auch nicht gebacken, in die Beschreibung zu gucken. Also ich kenne eigentlich, ähm, egal ob Twitch oder YouTube, keine Sau. Kaum, kaum jemanden, kaum, der in die Beschreibung guckt. Also das ist, äh, die Leute sind unglaublich lesefoul und schreibfoul auch mitunter. Die killen sich gegenseitig. Woodpecker und, äh, der andere Dödel. Was ist hier los? Ja, naja. Und jetzt dachte ich mir, ich nehme einfach nochmal geschwind die ganze Geschichte auf, weil, äh, weil das Video vorhin dann in meinen Start hineingeschnitten hat. Und der Fall beschissener war als der hier. Aber der ist jetzt auch wirklich nicht irgendwie, äh, top of the pop, würde ich sagen. Äh, naja. Was glaubt ihr, was er, was er hat? Hat er was? Das Respekt, hat er was? Oh, Klamotte oder was? Wie sieht's aus? Einfach in die Kommentare schreiben. Aber vor allem würde mich die Frage interessieren, ob ihr dazu vielleicht sogar Informationen habt. Zu der Frage, die ich eben gestellt hab mit den Overwatches halt. Da muss er schnell zur IUP greifen und fast sterben. Ein HP. Dieser Dödel. Dieser verschissene Dödel. Wahnsinn. Das ist doch nicht wahr, oder? Jetzt gehen sie Richtung B. Er dümpelt auf A rum und kriegt hoffentlich genug Fault-Damage, um zu sterben. Leider nicht. Komm, renn hin. Mitte dümpelt noch einer. Achtung, Batsch! Oh, meine Güte. Was macht er denn so? Er nimmt so richtig weit und groß und erstmal rumschwingen, obwohl man eindeutig den Feind sieht. Da hat er jetzt Angst. Und die Frage mit den Skins, ob Skins noch im Overwatch drin sind, kam auf, weil das war vorhin ein Cash-Overwatch und das sah kurz aus, als wenn ich das wäre. Und da dachte ich dann, aber das sind nicht meine Sachen. Und ja, da war dann auch die Überlegung, dass Skins ja an sich, da ja eh schon alles mögliche anonymisiert wird hier, dass eben auch die Skins an sich für die Overwatches ausgeschaltet werden sollten, im Zuge der Anonymisierung. Da man, also da es gewisse Kombinationen gibt, die halt nur ganz selten da, also die es nur ganz selten gibt. Ich denke, die meisten von euch, die mir oft in den Livestreams zuschauen und die auch viele der Matchmaking-Videos auf YouTube sehen oder gesehen haben, ich glaube, die würden im Overwatch sehr schnell erkennen, dass ich es bin. Ohne das Gameplay zu sehen oder ohne großartig viel vom Gameplay zu sehen, sondern einfach nur meine Handschuhe und eben mein Knife, die AWP, die M4, die AK. Ich glaube, daran würde man, man könnte zumindest den Verdacht äußern, den starken Verdacht, dass ich es bin. Meine Güte, was ist denn das für eine, was ist denn das für eine verschissene Spielweise? Diese Shots, die er macht oder die sie macht, ja, gemischt mit dem absoluten Bot-Movement des Grauens, Bot-Silber-3 ist hier am Spielen oder was? Wahnsinn. Richtig, richtig krass und jetzt haben sie noch Diskussionen, wer da wen geblockt hat oder wie. Puffin und Mr. Bot. Oder Mrs. Bot. Ab nochmal krass, wie der... Vielleicht ist da wirklich, vielleicht ist da wirklich ein krasser Skin drauf und wir sehen, die Skins nicht mehr, kann das sein? Ich glaube, also es ist nicht allzu, es sollte nicht allzu schwer sein, dass in einer... in einer Demo zu entfernen, die Skins, beziehungsweise Default-Skins, alles durch Default-Skins zu ersetzen, oder? Sollte nicht schwer sein. Ich überlege gerade. Ich glaube, ich glaube, das ist kein Problem. Möglicherweise haben sie es so gemacht. Aber das Bot-Movement ist so krass. Das gesamte Aiming, alles so... Ich will bitte wieder einen gescheiten Fall. Nicht solche Fälle. Ich will so einen richtigen... So einen schweren. Wo man richtig knabbern muss. Ist das überhaupt was? Ich weiß es nicht. Da müssen wir lieber mal freisprechen. Ich will Sachen, wo wir freisprechen, ja? So was hatten wir zwar schon oft, aber schon lange nicht mehr. Ja? Ich will wieder... Ich will wieder gescheite Fälle. Und nicht solche Dummdödel... Dümpelpümpel... Kackfälle. So... Durchfälle sind das. Durchfälle. Aber hart. Naja, was schätzt ihr, was da passiert ist mit diesem absoluten... Bot-Boy? Was ist passiert? Ja? War was an? Aim-Assist? Vision-Assist? Other external assistance? Für Movement-Verbesserung? Oder Griefing? Schreibt es in die Kommentare. Und vor allem eben die Sache mit der anderen... Mit die Fragen, die ich gestellt habe. Weil das würde mich echt interessieren. Ähm... Ich kann dazu natürlich auch recherchieren. Aber vielleicht habt ihr das Wissen ja schon. Ja. Call to Action. Ihr wisst Bescheid. Gut. Äh... Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank für eure... Eure Aufmerksamkeit. Alter, bin ich gerade auf der Kanz? Ah ne, auf dem Greenscreen. Der mittlerweile unter mir ist. Ähm... Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank für die Kommentare. Danke für die Likes. Und natürlich... Vielen, vielen Dank an meine Patreons und Kanalmitglieder, die jetzt hier nicht eingeblendet werden. Weil das ein unbearbeitetes Video ist, ja. Aber, ähm... Vielen Dank, Leute. Pff. Äh... Äh... Ciao, ciao.